Hallo Leute! Herzlich Willkommen zu einem ganz neuen Video. Heute spielen wir eine Runde. Ich werde mal kurz tun, leise machen. Ich will es aber schon mal sehen. Ich habe gestern noch Filme geguckt. Da habe ich auch was ausgenommen. Fahre aus der Fähigkeit US 8. Fortsetzen. GTA San Andreas spielen wir heute. Digga, genau was ich schon hatte, geht der San Andreas. Uh, eine Karre. Hätte ich jetzt aber nicht gewusst. Ich werde erst mal zum DS. So. Ich werde das mal, oder? Ich werde das mal. aber ich spiele überall der ps3 die das andere ja so ein bisschen viel besser die lassen denn auch geld hier ist es geld 721 dollar habe ich jetzt wieder fast schneller die karl die humpel aber auch Weiß ich nicht. Come on, babe. Rum, 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 rum. So ne Kackkopf ist aber auch. Drive-by. Steig ins. Fahr dein Mami. Oops. So. Ah. So. 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 Da kommt es mir noch. Geil. Ist die Karre hochgelegt vielleicht? Nö. Ja. Respekt. Komma und zwölf. Und siegt. Äh, zwölf. Äh, nun. Ach, wieder ein S. Geil. Sweets Girls. Quater Street. 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 Hoffentlich fahren die nicht, nämlich stehen. Ich muss erstmal richtig aimen. Ich würde ihn lieber doch mit der Kamera hinfahren. Ich würde ihn lieber doch mit der Kamera hinfahren. Hä? Außer gefecht mit dem Fegelschleimhals im Auge, Alter. Ja, möchte ich nochmal probieren. Leute, Leute, Leute. Ach, ja. Geht's für den Streets? Nein. Doch. Geht's mit ihm mit? Um meine Knarre abzuholen. Nein. Nicht hier runter. Wecker. Leider gar nicht mehr gebrannt. Varte, jetzt komm ich da auch nicht lang. Das war toll, Alter. Mann, Papi ist schön. Schön. Wir machen die. Gut. Schön. Okay. Warte, ich bin wirklich. Eins. Und nach. Scheiße. Hey, he's also gonna suck as the fuck. Ich hab the fuck out. Ich bin aber auch doof. Ich bin scheiße. Sweet. Sweet wird sterben. Sweet. 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 Vielen Dank. Mann! Nein! Ja und? Kackspiel! Oh! Nurgesintheit bei Nulleröspielen! Läglägläglägläglägläglä! Alter! Alter, sonst stört man nicht gleich, Alter! Mann, verpiss ich aus dem Auto. Verpiss ich! Verpiss ich, du alte Schlampe! Oh! Oh! Ehh! 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 Ich will nicht, dass du da ran fährst, Alter! Das ist gut! Und also so wieder? Ja! Und so weiter! Ich muss ja jetzt aus zum Beispiel aus dem Auto. Tönen! Ja! Und so weiter! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So Leute, jetzt müssen wir noch ein paar Sekunden warten. Dann ist schon ein Schleifolder, der kann dann ein bisschen machen. Oh, sehr raus. Oh, das ist ein Schleifolder. Tageslicht. Früher. 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 So, wir haben nur noch sieben Minuten. Dann ist die Mission schon fehlgeschlagen. Also, schon fehlgeschlagen. Aber in sieben Stunden ist das Tageslicht weg. Glaub ich. Glaub ich. Oder ist noch da? Lol. Weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Das weißt du nicht? Das musst du doch wissen. Nein. Wo fahre ich denn eigentlich hier lang? Alter. Wüsste ich da auch wissen, wo ich lang fahre. Falsch. Falsch wiedergefahren. Falsch. Falsch wiedergefahren. Falsch. Da ist das ein bisschen. ein bisschen das teil war schneller so ist ja nicht so 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, das ist aber ganz schön klapp, ne? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, dann würde ich sagen, nächste Folge weiter. Ciao.